Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wir gucken direkt rein, ich habe ein interessantes Interview von einem ehemaligen Wirtschaftsweisen in Deutschland, dem Volker Wieland nämlich gelesen, was vor ein paar Tagen in der Welt veröffentlicht wurde. Zitat, Arbeitsplätze werden woanders entstehen, das wird Wohlstand kosten. Und das Interview kann man wirklich zu 99, 88, 98 Prozent hier einfach so unterzeichnen. Wirklich zahlreiche, richtige, klare, strikte, analysierte Fakten, die der Mann hier auf den Tisch bringt und auch Lösungsvorschläge, die er vorstellt, was wir denn in Deutschland machen sollten, um die Probleme hier zu lösen, die wir alle haben, sodass die Industrie nicht abwandern müsste, dass wir nicht hier im Winter frieren, dass wir so exorbitant hohe Heizkosten haben. Ich frage aber direkt vorweg, bevor wir auf den inhaltlichen Part dieses Videos in dem Interview drauf eingehen, warum kommt der Mann jetzt als Ex-Wirtschaftsweiser um die Ecke und äußert das? Warum war das nicht so eine kritische Stimme zu seiner aktiven Zeit als Wirtschaftsweise? So habe ich ihn zumindest nicht wahrgenommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, und dann heißt es hier, beispielsweise, Herr Wieland, viele Experten gehen inzwischen nur noch von einer leichten Rezession für Deutschland aus und so weiter. Und dann sagt er, die Wachstumsprognosen für 2023 lagen im Frühjahr noch bei einer Steigerung der Wirtschaftsleistung um 3 bis 4 Prozent. Derzeit stehen sie bei minus 0,2 bis minus 1 Prozent. Das ist ein größer Rückgang und zeigt, wie schwer die deutsche Wirtschaft bereits durch die Energiekrise getroffen ist. Und da hat der Mann natürlich vollkommen recht. Interessant, wenn ich jetzt mal daran zurückernern darf, das sagt er nämlich hier auch, dass die SPD vor einer Deindustrialisierung Deutschlands warnt. Und, surprise, surprise, das war doch eigentlich mal die Industrialisierung Deutschlands. Nein, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Och, aber selbst der SPD-Chef Lars Klingbeil hat das Ganze im November schon gesagt. Gefahr einer Deindustrialisierung in Deutschland ist real. Ach, surprise, surprise, kannst du dir nicht mehr ausdenken, dass das auch noch die Partei sagt, die die meisten Stimmen bei der Bundestagswahl im letzten Jahr hatte und die den Kanzler stellt. Das heißt, die haben doch alle Hebel in der Hand, um das zu verhindern. Man müsste doch nur einfach ein paar Sachen machen. Und ich wollte es eigentlich ein bisschen später erst sagen, aber es ist doch wirklich so. Es ist doch ein wunderschönes, geiles Land, Deutschland. Wir haben, wenn wir es jetzt mal so allgemein sehen, wir haben eine gute Infrastruktur, kann man drüber meckern. Wir haben ganz gute Autobahnen, wo man schön ordentlich fahren kann, wenn nicht zu viel Verkehr ist. Also im Allgemeinen ist einiges geil hier. Ich habe hier meinen Freundeskreis, meinen Familienkreis, Bekannte. Ich spreche die Sprache, nehme ich mal an, ganz gut würde ich behaupten und so weiter. Und wir könnten doch Gas ohne Ende haben. Wir könnten Strom ohne Ende haben. Bezahlbar ohne große Steuern, beides. Wir könnten oder wir müssten keine Energiekrise haben. Aber worum haben wir das? Und seit wann haben wir das? Richtig, seit einem Jahr. Darüber muss man sich im Klaren sein, was hier eigentlich passiert. Denn das, was mittlerweile in der Regierung agiert, ist nicht mehr die Vernunft, sondern Moral. Es ist moralisch verwerflich, dass wir Gas aus Russland kaufen, aber in Katar ist das Ganze gut. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Wie wir hier drangsaliert werden. Denn was das für uns Bürger, für Folgen hat und für die Firmen, das interessiert die Obrigkeit, die Politiker absolut gar nicht. Denn sie werden von uns allen, von unseren Steuergeldern exorbitant, fünfstellig pro Monat bezahlt und haben das Problem doch gar nicht. Sie können sich nicht in unsere Lage versetzen. Denn was ist denn die Folge daraus? Wenn in Deutschland tatsächlich Verbrennerfahrzeuge nicht mehr verkauft werden dürfen, gegebenenfalls dann auch gar nicht mehr gebaut werden dürfen. Mal gucken, wie weit diese Situation sich noch weiterentwickelt. Aber worauf ich hinaus möchte, ihr glaubt doch nicht, dass ein Mercedes, ein BMW komplett aufhören würde, Verbrennerfahrzeuge zu bauen als Beispiel. Das bezweifle ich. Verbrenner wird es auch in Jahrzehnten noch geben. Nur nicht mehr in Deutschland, wenn das Ganze so weitergeht. Aber in zahlreichen anderen Ländern wird das weiterhin der Fall sein. Guckt euch doch die Entwicklung in China an. Wir brauchen gar nicht bis nach China zu gehen, wenn wir jetzt auf Atomkraft oder ähnliches gehen. Gucken wir nach Frankreich, gucken wir in die Niederlande oder sonst was, wo zahlreiche neue Atomkraftwerke gerade gebaut werden. Das ist doch gut so. Natürlich, weil diese Länder für ihre Bürger eine sichere und vor allem auch günstige, bezahlbare Energie haben möchten. Aber in Deutschland läuft es gegenteilig. Die werden abgebaut und man versucht irgendwie die Möglichkeit mit sogenannten erneuerbaren Energien zur Verfügung zu stellen. Wie das jetzt in der Windflaute ist, wurde mir bislang noch nicht beantwortet. Genauso wie wenn die Sonne nicht scheint, wo der Strom herkommen soll. Die Grundlastfähigkeit, die Frage ist immer noch nicht geklärt oder eigentlich ist die Frage geklärt, dass sie nicht gedeckt werden kann, sollte mittlerweile der Letzte verstanden haben. Und dann sagt der Herr hier weiterhin, die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer intensiven Phase der Transformation. Und das ist doch nur nett ausgebrückt. Dafür auf Deutsch, ich mag es mit meinen Worten übersetzen, die deutsche Wirtschaft befindet sich in dem kompletten Zerfall. Die Zerstörung läuft auch Hochtouren. Wie auch immer ihr das jetzt an der Stelle genau nennen möchtet, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und die Perversion an der Sache ist doch einfach, dass solche Experten das mittlerweile öffentlich äußern, die aber nicht mehr in Amt und Würden sind. So ist das ja sehr häufig. Auch sehen wir das beispielsweise, wenn wir ein bisschen abschweifen bei der GEZ, dass sich Leute darüber kritisch äußern, die in großen Ämtern dort waren oder ähnliches. Ulrich Wickert beispielsweise vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, der sich kritisch zu der Situation des ÖRR geäußert hat, nachdem er jetzt in Rente ist. Vorher kam da nichts. Zahlreiche Bürger gehen hin, äußern diese Kritik. Aber wo fehlt diese Kritik? In Berlin, in unserer Regierung. Im Gegenteil noch. Im Gegenteil, unser Bundeskanzler sieht es als notwendig an, sich selbst ein gutes Zeugnis nach einem Jahr Regieren auszustellen. Und das kannst du dir noch nicht ausdenken. Und viel mehr noch. So kam ja vor ein paar Tagen diese Nachricht dann auch noch raus. Natürlich trete ich an. Scholz will für zweite Amtszeit kandidieren. Und jetzt überlegt mal, was diese Regierung innerhalb eines Jahres geschaffen hat. Wir haben noch drei Jahre mit denen vor uns. Und wenn er dann sagt, ja, ich mache aber nochmal vier Jahre dran. So, dann sind wir bei acht Jahren. Dann stellt euch mal vor, was hier abgeht. Also wenn wir wirklich Pech haben, Leute, wird das darauf hinauslaufen, dass wir einen Olaf Scholz für acht, vielleicht auch zwölf, vielleicht auch wie Merkel, 16 Jahre hier haben. Also, dann ist Deutschland aber komplett am Ende. Im Olli-Kanal drüben hatte ich ja bereits schon über diese Situation berichtet, dass die EU-Vizepräsidentin eine von 14 nebenbei gesagt hat, natürlich, wir haben jetzt nur noch 13, da wird garantiert natürlich der 14. wieder neu gewählt. Keine Sorge, wir müssen ja versorgt sein. Beziehungsweise die durch unsere Bezahlungen an sie. So, und dann heißt es nämlich hier, sie vertritt die Position, dass sie unschuldig ist. Und klar, im Zweifel für den Angeklagten erstmal abwarten, was die Ermittlungen hier ergeben. Und da wurden ja angeblich ca. 600.000 Euro in Geldsäcken in der Wohnung der Dame gefunden. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das ist wirklich absolut unfassbar. Aber jetzt kommt das Nächste. 600.000 Cash, die konfisziert wurden. Und jetzt kommt diese Nachricht, und das passt in den Investiert-Kanal hier besonders gut rein, weil es geht dann ganz klar um Bitcoin. Und dann heißt es nämlich hier, Bankkonten und Firmen. Griechenland friert Vermögenswerte von EU-Parlamentsvize Kylie ein. Und jetzt sage mir nochmal einer, ach, das ist ja so sicher, Bargeld zu haben. Es ist so sicher, mein Geld auf der Bank zu haben und alles. Erstmal grundlegender Kurs und hier im Thema von Banken. Wenn du Geld auf der Bank hast, gehört es nicht dir. Punkt. Das muss man verstanden haben. Das Geld, was du dort drauf hast, wenn da auf deinem Konto eine Million oder ein Euro steht, ist egal wie viel oder wie wenig, dann ist das eine Forderung an die Bank. Und wenn die Bank pleite ist und diesen hier macht, ich schaue nichts mehr in der Tasche, dann greift der sogenannte Einlagensicherungsfonds und der ist gedeckelt bei 100.000 Euro. Ganz großes Kino. Hat man auch gut geregelt damals. Danke, Merkel. Und per Steinbrück müsste es gewesen sein. So, und worauf ich hinaus möchte. Ich weiß nicht, ob die Frau Bitcoin hält, aber es wäre definitiv einfacher für sie, anstelle jetzt, dass die Bankkonten eingefroren sind. Weil nehmen wir an, sie hat jetzt einfach mal, ich sage einfach mal, 1.000 Euro auf diesem Konto. Sie hat jetzt keinen Zugriff mehr da drauf. Das wurde jetzt eingefroren, das Konto. Das muss man sich mal überlegen. Das kannst du mit einem Bitcoin-Konto nicht machen. Wenn du das auf deinem Hardware-Wallet gesichert hast und hast einen Seed, das sind 24 Worte, mit dem du den Zugriff darauf irgendwo auf der Welt, du brauchst nur eine Internetverbindung, gewähren kannst. Und deswegen sage ich es immer wieder, wie wichtig es ist, dass man auch Kryptowährungen, beispielsweise Bitcoin, Ethereum, ADA, also Cardano oder auch andere hat. Da solltet ihr euch unbedingt mit beschäftigen, weil es kann jederzeit passieren. Och, der Olli äußert sich kritisch da mit seinen Videos. Dem springen wir jetzt auch mal das Bankkonto ein und dann bist du ganz schnell richtig am Ende. Aber wenn du dann natürlich in Bitcoin bzw. Satoshis, weil ein Bitcoin kostet, ich gucke gerade auf die Währung, 17.900 Dollar. Da muss man schon früh angefangen haben, um einen zu besitzen. Einen ganzen Bitcoin haben nicht viele. Und dementsprechend, es ist Freiheit. Bitcoin ist die gelebte Freiheit und die Neuerfindung des Geldes, wie sie in Perfektion laufen kann, sodass es keine staatlichen Möglichkeiten gibt, dass es eingefroren oder geblockt wird oder sonst etwas. Weil dann kannst du hingehen und jemand anderes, der auch ein Bitcoin-Konto hat, dem kannst du deine Bitcoin senden, dem kannst du aber auch Bitcoin zuschicken lassen, also von ihm zu dir. Und du kannst dir Transaktionen komplett anonym durch, ja, komplett anonym ist ein bisschen falsch ausgedrückt, aber anonymer durchführen und auf jeden Fall ohne, dass der Staat einen Eingriff aufhaben kann.